what's going on right now servus oder grüß euch hier ist der ollie und hier sind wir an dem lawrence river ganz im norden vom staat new york bei den 1000 inseln da drüben auf der anderen seite da habt ihr schon kanada und jetzt schauen wir mal ob wir das hinkriegen und ihr einmal durch diese coole winery laufen können und ob wir ohne unterbrechungen das hinbekommen weil wir sind wieder an der kanadischen grenze servus marcel du bist mein man wir machen uns nachher weiter und machen eine kleine bootstour mit uncle sam bootstour das wird eine coole sache da hinten habt ihr noch mal einen coolen blick also hier dieser lawrence river verbindet die große seen mit dem atlantik und hier haben wir es jetzt her geschafft und machen uns jetzt dann auf eine kleine wie heißt es so schön weintour bevor wir die bootstour machen servus michael servus christian servus katharina also so sieht es ja aus nachher geht es dann zu uncle sam boot tours und da machen wir uns zu einem tollen schloss aber jetzt erst mal schauen wir hier rein bei coyote moon und dann zeige ich euch noch clayton und es hat geregnet von daher habe ich meine regenjacke an hoffe ihr bleibt dran und wir verlieren euch nicht da drüben schaut es aus wie in würzburg das ist der weinkeller hier von der von der residenz da habt ihr einen indianer und da vorne da ist die tolle bar wo wir jetzt ein weintesting machen und da gibt es ein weintesting sechs weine für sechs dollar also rentiert sich die haben sie da alle drüben sechs weine sechs dollar live stream hängt super da gehen wir wieder vor die tür machen wir uns einmal raus und schauen uns das noch von vorne an und dann sollten wir wieder sollten wir wieder live sein hängt es immer noch oder geht es ist ein bisschen schwierig hier an der kanadischen grenze ihr wisst es wenn man hier an der kanadischen grenze ist dann ist es ein wenig schwierig nachdem die catherine jetzt ihr weintesting macht ich hoffe wir hängen immer machen wir uns nachher rüber zum hops spot nicht zum hot spot sondern da drüben ist der hops spot da haben wir so die hauptstraße da haben wir diese coolen häuser da gibt es auch einen käte wohlfahrt weihnachtsmarkt american legion die haben wir da drüben super sandy dann haben wir diese schönen alten häuser die hildas ne von 1976 70 coyote moon das sind wir gerade und da haben wir unsere scooters dabei und machen sie jetzt einfach eine scooter tour und später dann machen wir uns zum bolt castle in den 1000 inseln um zwei auf eine bootstour mal schauen ob wir uns da auch noch mal melden können also dann liebe leute macht's ganz gut 1000 ciao sagt der ollie see you soon wherever you are und da vorne kommt noch ein pferd ganz interessant seht ihr das pferd das ist ein amisch ein amischer mann und der ist hier mit seinem pferd unterwegs da steht ein pferd auf dem flur ein echtes pferd auf dem flur also die reiten hier wirklich so durch die stadt um zum einkaufen zu gehen um zum einkaufen zu gehen das ist eine ganz interessante sache wenn wir jetzt noch da rüber schauen da haben wir diesen hops spot der hops spot ist ganz cool so da reitet das pferd le oh oh hey guys oh nice horse so da geht's pferd le ne so schaut's aus und hinten der spiegel also dann liebe leute macht's ganz gut auf geht's zum hops spot bis dann ciao liken teil nicht vergessen